Mousse au Chocolat und das Erste präsentieren Ihnen Marienhof. Es wird viel passieren. Andrea, ich brauch dich. Alleine steh ich das nicht durch. Die Verhandlung gegen Bogdan. Die Abtreibung. Ich lass dich nicht im Stich. Ist was passiert mit Robby? Robby hatte einen Unfall. In Amsternander fährst du einfach hin. Lässt dir dieses Teil rausschneiden. Einfach so ambulant. Warum können wir es... Warum können wir das Kind nicht behalten? Es wird viel passieren. Nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten nie gehabt. Es wird viel passieren. Warum wir es nicht behalten können? Weil nicht wir, sondern ich dieses Stück Dreck in mir drin hab. Sag mal, weißt du eigentlich, was du da redest? Billy, bitte. Nur weil du dir ein Kind wünschst, soll ich vergessen, dass ich vergewaltigt wurde? Sag mal, glaubst du das auch? Glaubst du, wie die Bullen, dass ich mich diesem Dreckschwein-Bogdan freiwillig hingegeben hab? Nein, um Gottes Willen, nein! Mann, jetzt kapier ich das auch! Ja, natürlich! Deshalb warst du auch zuerst gegen die Anzeige, weil du schon die ganze Zeit dieses Kind haben möchtest. Wart mich nicht an! Und deswegen hast du auch die Babysachen aus dem Keller geholt! Nein, Billy, Billy, hör auf damit! Oh mein Gott! Dieses Verständnis, du hast es mir die ganze Zeit vorgeheuchelt! Hör mir bitte zu! Nee, sorry. Aber das muss ich jetzt erst mal verdauen. Dass du mir so in den Rücken fällst. Ausgerechnet du! Sag mal, da kommt doch jemand! Ach, mein Blödsinn! Hallo, Mama! Jetzt hab ich euch aber gestört, ne? Hi! Hallo, Tobi! Schön, dich zu sehen! Wo, ähm, wo ist denn deine Begleitung? Na, im Hotel, wo sonst? Ich geh ins Bett, ich bin hundemüde. Gute Nacht, ihr zwei. Äh, nacht. Nacht! Ah! Kevin wollte morgens zum Frühstück kommen. Schön! Prima! Ja, nacht. Du, hat deine Mom noch einen Lover? Keine Ahnung, weiß ich. Ich bin nur froh, dass ich meinen alten Lover wieder hab. Ähm, sag mal, äh, möchtest du nicht über Nacht hierbleiben? Ihr seid mir vielleicht beheilen. Wärst du mit deinem Kreuzbandriss vor zwei Monaten und jetzt Robby mit seinem Knie. Tja, wir sind eben noch richtige Kerle. Wir lieben die Herausforderung und wir suchen die Gefahr, Baby. Für die Zugfahrt. Oh, das ist ja lieb. Was, ich würde dich gerne selber fahren, aber... Ist schon okay. Es war schwierig genug, Töppers überhaupt dazu zu überreden, dass wir heute früh anfangen. Wenn der wüsste, dass es nur wegen heute Nachmittag, wegen der Schwarzarbeit von der Sieber ist, dann... Oh, mein Tag ist nicht... Also wir telefonieren jeden Tag, ja? Ja, machen wir. Gut. Und grüß Robby und sag ihm, dass er einen Arsch voll kriegt, wenn er wieder zu Hause ist, weil er mal jedem blöder Berg runterfährt, ja? Okay, mach ich. Pass auf dich auf und sei brav. Ja. Ciao. Ja, ja, Töppers, ich bin gleich auf dem Weg. Herr Kolbe? Ja? Sie war hier. Herr Kolbe, wäre es möglich, dass Sie jetzt gleich schon mal bei mir vorbeischauen? Nein, nein, ich habe doch gesagt, ich komme heute Abend. Irgendwas mit der Heizung stimmt nicht, das wird überhaupt nicht warm. Aha, das ist natürlich... Aber ich muss... Überhaupt wäre es am besten, Sie kämen gleich für ein paar Tage her. Nein, nein, das geht auf keinen Fall, das geht auf keinen Fall. Ich habe doch nur einen Job. Zahle ich Ihnen denn nicht genug? Doch, natürlich. Na, also kommen Sie. Es geht ja nichts über ein fröhliches Gespräch am Morgen. Billy hat nicht gut geschlafen. Ich auch nicht. Okay, okay, ich verdrück mich. Tschau, ihr Lieben. Ja. Darf ich noch mal kurz was sagen? Bidi. Es war vollkommen bescheuert von mir, dir gestern diesen Vorschlag zu machen. Es tut mir leid. Warum hast du es dann gesagt? Ich weiß es nicht. Es war... Damals, als ich schwanger war. Von Fechner. Da war mein erster Gedanke natürlich auch. Ich kann es wegmachen. Aber dann habe ich ihn und was auch immer da passiert war, einfach ausgeblendet. Weißt du, ich... Ich wollte ja immer schon ein Kind. Und dann war ich eben auf einmal schwanger. Ich habe nur noch das gesehen. Aber siehst du das denn nicht? Du hast dir schon immer ein Kind gewünscht. Ich aber nicht. Ja, das weiß ich. Und wenn ich mir irgendwann in meinem Leben eins wünschen sollte, dann werde ich das entscheiden. Und nicht irgendeinen Vergewaltiger, so einen Kriegsverbrecher. Ja. Billi. Ich... Ich habe schon... zweimal ein Kind verloren. Ich habe Angst, dass ich nie mehr eins kriegen kann. Ich bin aber nicht du. Aber ich habe mich da eben so reingesteigert. Ich habe das Ganze auf mich projiziert, als ob ich schwanger wäre. Und egal, wie du dich entscheidest. Ich liebe dich. Und ich bin für dich da. Wann kommt eigentlich Kevin? Er hat vorhin angerufen, dass es vielleicht ein bisschen später wird. Weil er vorher noch einen Termin hat. Oh, das muss er sein. Hi. Hey. How are you doing? Fine. How are you? Good. Ah, morning allerseits. Morning. Sorry, dass es zu spät kommen. Mama, wir müssen jetzt los. Ja. Frederik und ich, wir müssen leider los. Aber du kannst ja gerne noch mit Li und Turbi zusammen frühstücken. Wobei wir eigentlich noch mal zurück ins Bett freuen. Ich habe schon verstanden. Hey, wartet noch. Ich komme auch gleich mit mit euch. Okay. Okay. Also dann, bis später, ihr zwei. Bis auf uns bald. Tschau. Mmh. Einen schönen Tag noch. Tag dich hier. Ja, schönen Tag noch. Endlich haben wir wieder richtig was zu tun, da wirst du krank. Kaum bist du wieder gesund, da willst du eine Woche in Urlaub fahren. Charlie, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Chef, ich will ja nicht verreisen. Gerade wenn ich dich am nötigsten brauche, da lässt du mich im Stich. Weißt du, Robby hat einen Unfall gehabt. Ach du lieber Gott. Ja, und Doro ist schon zu ihm hingefahren, weißt du. Aber ich, ich muss jetzt ein paar Sachen organisieren. Ich muss hin und her fahren und ich muss Klamotten holen und so, weißt du. Was ist denn passiert? Ja, ich glaube, er ist beim Snowboardfahren irgendwie hingeflogen und dann hat er jetzt ein dickes Knie. So eine, so eine Bänderdehnung und ein Bluterguss. Also schön, nimm dir ein paar Tage. Schöne Scheiße, echt. Chef, da ist nur noch eine Sache. Also, ich bräuchte, also ich müsste, ich müsste sofort frei haben. Sofort? Ja, aber dann würde ich auch wirklich nur zwei Tage brauchen. Okay. Aber dann bist du auch in zwei Tagen wieder hier. Verstanden? Ja. Danke. Danke, Chef. Töchterchen. Was soll denn das? Heißt das? Er ist dein Vater? Aber das wollte ich dir doch die ganze Zeit erzählen. Aber gestern hast du doch noch gesagt, Casey wäre ein Kumpel, weil ich dachte, du hättest was mit ihm. Wieso hast du denn nicht gesagt, dass das ja dein Vater ist? Weil, weil... Ich hätte wohl kaum angenommen, dass du dich in deinen eigenen Vater verknallt hast. Aber das habe ich doch am Anfang gar nicht gewusst. Also warst du doch in ihn verknallt. Und dann hast du erfahren, dass er dein Vater ist. Und damit kommt es jetzt nicht klar. Tobi, ich... Ich... Deshalb sollte ich auch hier schlafen. Du hast mich benutzt. Weil du ihm zeigen wolltest, dass er gar nicht dein Lover sein kann und dass dir das überhaupt nichts ausmacht. Aber es macht dir doch was aus. Und ich bin dir eigentlich total egal. Lass mich einfach in Roli. Einfach allemal. Tobi! Tobi! Also Mist! Auch das noch. Alles in Ordnung, Herr Kolbe? Sagen Sie, Frau Sieber, haben Sie vielleicht Nähzeug oder eine Sicherheitslade? Ja, schau mal nach. Nehmen Sie sich doch einen Tee. So, Herr Kolbe. Ich glaube, ich habe da was Besseres für Sie. Von meinem verstorbenen Mann. Der hatte ungefähr Ihre Statur. Also, das ist sehr nett von Ihnen. Aber damit kann ich nicht arbeiten. Ja, wieso nicht? Ja, weil die Hose zu edel ist. Und wenn da was drankommt... Na ja, dann waschen Sie sie. Also, Sie nehmen die Hose auf jeden Fall als Schadensersatz. Und ich flicke jetzt Ihre Arbeitshose. Also, Sie brauchen doch nicht meine Arbeitshose flicken. Dann habe ich kein Problem mit. Da, danke. Meine Damen. Oh, danke schön. Schön, dass du mir hilfst. Schön, dass du für mich da bist. Ich bin... Es sind doch Kunden da. Ach, die sind doch beschäftigt. Die sind weg. Weißt du was? Hm. Wir machen... den Laden dicht. Und uns einen schönen Nachmittag. Oh ja. Wir gehen auf den Weihnachtsmarkt. Schön bummeln. Oh, Essenbrat, Elf für gebrannte Mandel. Alles, was es da gibt. Und dann gehen wir noch Schlichtschlafen. Bist du fit genug? Hör mal, ich kann Bäume ausreißen. Pass mal auf. Ach. Na gut, Weihnachtsbäumchen. Das ist ja perfekt. Ich wusste gar nicht, dass sie... Dass ich nähen kann. Tja, so kann man sich täuschen. Guten Appetit. Sagen Sie bloß, das haben Sie auch selber gemacht. Selbst gekauft. Ich bin eher Kölschtrinker eigentlich. Ich konnte früher auch nichts mit Wein anfangen. Aber mein Mann war ein großer Weinkenner. Und dann bin ich dann auch irgendwann auf den Geschmack gekommen. Schließen Sie mal die Augen und kosten Sie. Ich sehe weite Lavendelhügel. Ich habe Wind im Haar. Neh, mal ernsthaft. Mal ernsthaft. Also ich finde, es schmeckt so wie Südenurlaub und Sonne. Zwar nicht auf dem Süden, sondern in Dorn und Wälder aus der Pfalz. Aber so ein gutes Glas Wein ist wie ein Kurzurlaub. Hm? Ja. Ihr hört es mir ein bisschen Musik. Klar, hoffentlich. Kennen Sie André Rieu? Den Schmalzgeiger oder was? Oh. Das ist glow. Cool. Das habe ich auch zu Hause. Geben Sie es zu. Das hätten Sie mir nicht zugetraut. Stimmt. Ich glaube, sie hat ihre Schwärmerei überstanden. Ab heute gibt es nur noch Tobi hier und Tobi da. Kevin ist Schnee von gestern. Was? Schnee von gestern? Ich hörte mal Schnee von gestern. Geist liegen. Na, alles klar? Ja, deine Mutter ist ein bisschen frech, aber sonst geht's. Pass auf, du. Ich war hier eigentlich mit Frederik verabredet. Ah. Frederik kommt auch? Das ist ja wunderbar. Dann können wir ja alle zusammen... Ja, das wäre doch schön. Wir wollten nämlich ins Kino. Wie wäre es, wenn du und Frederik... Na ja, wenn ihr mitkommt. Wild Christmas. Den habe ich schon in den Staaten gesehen. Absolute geniale Action-Thriller. Kevin meinte, er könnte Karten für die Premiere besorgen. Ich stehe nicht auf Action. Ey, es wäre doch nett, wenn wir jetzt zusammen... Ich habe keinen Bock. Du willst dann auch gerne mitkommen. Eine Karte mehr oder weniger ist überhaupt kein Problem. Ich habe aber keinen Bock auf Happy Family. No way, no way. Either you stay at the Dorm Hotel or you'll have to look for another manager. Sorry, bye. Der Harry Nichols. Wahnsinn. Von Millionen verehrt und von Ihnen einfach abgebügelt, oder was? Ja, das ist eigentlich ein netter Kerl, aber furchtbar zickig. Manchmal muss man den naften Boden zurückholen. Oh, ich habe noch was für Sie. Hier, guck mal. Die Sachen passen Ihnen und ich brauche Sie nicht mehr. Also keine falsche Scham. Nehmen Sie es. Im Ernst? Ja. Macht Sie mir die Freude, Sie können ihn ja heute Abend anziehen und ihr Freundin darin ausführen. Dora ist überhaupt gar nicht da, die ist bei Robby. Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich kann diesen Anzug nicht annehmen. Sie haben mir schon die Hose gegeben, Frau Sieber. Ach, Charlie, Sie sind ja ein netter Kerl und die Klamotten vergammeln ja nur in meinem Kleiderschrank. Und Harry Nichols kann es Sie nicht geben. Der ist 1,98. Ich liebe Weihnachten. Mega kitschig, mit allem Drum und Drang. Ja. Ist das schön? Ja. Ist der nicht süß? Ja. Sag mal, warst du auch schönartig? Na ja. Passt. Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Du bekommst jetzt einen Kuss. Wie lange geh nicht mehr? Ja. Was ist so? Hey, Doro. Na, wie geht's? Du, ganz gut. Robby ist unheimlich tapfer, trotz der Schmerzen. Mann, das freut mich. Ja, ja, Mann, natürlich, dass er im Bett liegen muss. Weil wir haben Sonnenschein ohne Ende und punktieren können sie erst, wenn die Brennung weg ist. Sag mal, wie ist das eigentlich genau passiert? Ach du, da waren ein paar Jungs dabei, die schon richtig gut snowboarden können und Robby dachte, er muss beweisen, dass er es auch kann. Na ja, er hat echt noch mal Glück gehabt, dass da ein Bomber, sonst wäre er den Abhang runter. Echt? Mensch, Robby. Und wie läuft's bei dir so? Dein Job bei der Frau? Du, die Frau ist ziemlich in Ordnung. Die Verpflegung bei ihr ist vom Feinsten, würde ich sagen. Und sie hat mir so ein paar alte Klamotten von ihrem verstorbenen Mann geschenkt. So, so. Ihr scheint dich ja nett zu finden. Oh, das ist, das ist eine alte, weiche, einsame Frau, weißt du? Die, die ist wahrscheinlich froh, dass sie mal ein bisschen Leben in der Bude hat. Könnte meine Mutter sein, würde ich sagen. Ey, das war nur ein Scherz, okay? Oh, scheiße. Was denn? Das Akku ist leer. Ich hab vergessen, ihn aufzula... Hey! Hallo. Hallo, Frau Sieber. Stürzen wir uns in das arabische Mietzsat in Zürich. Nach seiner Verletzung und nach seinem wieder guten Spiel gegen die Engländer. Was ist? Ich dachte, ihr wollt ins Kino. Nach deinem Auftritt vorhin ist uns die Lust vergangen. Moment, Freilich, hier bin ich. So. Jetzt wollen wir mal ein paar Takte reden. Was soll das? Das frage ich dich. Mensch, Lee. Kevin hat es doch nur gut gemeint. Ich hatte aber keine Lust auf Kino. Ach, so ein Blödsinn. Als ob es dir ums Kino gegangen wäre. Man reicht dir die Hand und du schlägst drauf. Glaubst du, dass das alles für Kevin so einfach ist? Es ist einfach eine blöde Situation. Aber da müssen wir uns alle zusammenreißen. Ich dachte jetzt, wo du wieder mit Tobi zusammen bist. Dachtest du, jetzt gehen wir mal kurz zusammen ins Kino. Und, und machen deinen auf Happy Family. So einfach hättest du es wohl gern. Aber das kannst du dir abschminken. Es geht nicht alles immer so, wie du willst. Du, du musst dich entscheiden. KC oder ich? Es wird viel passieren. Nichts kommt mehr gleich. Nichts bleibt von Alten wie gehabt. Es wird viel passieren. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es wird viel, es wird viel, es wird viel. Es wird viel passieren. Oh 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 Nicht bleibt mehr gleich Nicht bleibt beim Alten wie gehabt Es wird was hier Oh 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 Marienhof wurde Ihnen präsentiert vom Ersten und Nestle Mousse au Chocolat Aber nicht nur